Wie kann man die Elite untersuchen über alle gesellschaftlichen Bereiche? Auf Gemeindeebene kann man die Elite untersuchen über alle gesellschaftlichen Bereiche. Da gehört dann der katholische Pfarrer genauso dazu, wenn es eine Mittelstadt ist, als der Unternehmer, als der Gewerkschaftsführer und so weiter. Und die Themen, für die sich der katholische Pfarrer interessiert, sind natürlich andere, als für die sich der Unternehmer interessiert. Auf nationaler Ebene fand ich diesen Elitebegriff immer für moderne Gesellschaften nicht mehr angemessen. Wenn man auf die großen Vermögen geht, okay, aber dann schaltet man viele Bereiche aus, die auch wichtig sind. Wenn man, wie als Politikwissenschaftler man es sein sollte, stark an politischen Entscheidungen interessiert ist, dann muss man sozusagen das Feld anders abstecken, als wenn man an Vermögensmillionären interessiert ist. Und es ist also eine gewisse Segmentation zu beobachten. Und politische Entscheidungen ist selbst schon zu allgemein, weil die eigentlichen Entscheidungen in kleineren Bereichen fallen. Und da haben wir uns eben dieses Politikfeld Arbeit und Soziales ausgesucht, das in der Regel eben über bestimmte Ministerien abgedeckt ist. Aber da ist schon ein Vergleich Deutschland-USA schwierig. Und da ist es eben hilfreich, einen Systembegriff zu haben, wo sozusagen im Kern ja steht, ein soziales System entsteht dadurch, dass Personen mit Bezug auf ein Symbolsystem miteinander interagieren. Und dieses Symbolsystem habe ich dann festgemacht in bestimmten Rechtsgebieten. Und das ist eben das Gebiet des Arbeitsrechts und des Sozialrechts, die ja auch getrennt sein können. Und schon die zusammenzufügen, ist oft gar nicht so einfach. Ich meine, bei uns machen uns die Politiker einfach, indem sie eben ein Sozialgesetzbuch haben. Und die Politiker, die Gesetze vorbereiten für so einen Themenbereich, die machen das natürlich in Bezug auf dieses Symbolsystem. Die können nicht mit völlig abwegigen Ideen kommen, sondern das muss eingefügt werden in dieses Rechtssystem. Und das ist eben dieses Politikfeld. Also im Prinzip ist der Begriff des Politikfeldnetzes eine empirische Umsetzung des analytischen Begriffs eines Sozialsystems als Menge von Personen oder kooperativen Akteuren, die in Bezug auf ein Symbolsystem interagieren. Und das finde ich nach wie vor eigentlich wichtig. Es ist auch nicht groß ins Fach diffundiert, muss ich sagen. Aber wenn man sieht, wie sich sozusagen ein mehrer Umweltrecht auch als so eigenes Rechtssystem herauskristallisiert, dann sieht man, wie das eben sozial gestaltet wird. Also was heute viele auch die Konstruktivisten uns sagen, ist ja in der Systemtheorie bereits alles angelegt. Also es sind nicht naturwüchsige Systeme, sondern sie werden konstruiert. Und soweit es um politische Entscheidungen geht, werden sie eben von Politikern auch und von den Gerichten konstruiert. Man darf ja nicht vergessen, wenn man einen systemtheoretischen Ansatz hat, dann sieht man ja nicht nur auf die Gesetze, für die der Bundestag und Bundesrat zuständig ist, sondern man fragt sich, was ist in diesem Politikfeldnetz auch noch als Letztentscheidung wichtig. Und da kommt zum Beispiel die Allgemeingültigkeitserklärung von Tarifverträgen dazu. Oder die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts oder die Entscheidungen des Bundessozialgerichts. Das ist auch eine Letztentscheidung und die muss man sozusagen auch mit einbeziehen oder bestimmte Verordnungen, die das Bundeskabinett verabschieden kann. Also ich will damit sagen, die Systemtheorie hat mich eben gelehrt, immer zunächst mit so einem analytischen Begriff ranzugehen und dann in der Wirklichkeit zu suchen, was erfüllt diese Bedingungen der Zugehörigkeit. Und da war eben dieser Begriff des Politikfeldnetzes als Verbindung gedacht. Und konkret haben wir die Leute ausgesucht über die wichtigen Entscheidungen. Wer hat daran teilgenommen? Welche Ausschüsse waren da beteiligt? Welche Interessengruppen wurden gehört? So dass wir sozusagen auch wieder mit einer geschlossenen Liste von korporativen Akteuren auftreten konnten und die den Befragten vorlegen und die auch fragen konnten, ob Akteure da fehlen, an die wir nicht gedacht haben. Wobei sehr wenige Akteure dabei herauskamen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.